Hey Leute und willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video auf meinem Kanal. In meinem Q&A-Video, welches ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe, habe ich ja gesagt, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt, die ich in diesem Video hier beantworten werde. Und ihr kennt das bekannte Sprichwort, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Dementsprechend stehe ich hier pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk und beantworte eure Fragen. Das einzige Problem ist, einige von euch haben gar nicht so richtig verstanden, was Fragen sind. Dementsprechend kamen auch ein paar Beleidigungen oder Komplimente. Aber gut, für die Fragenstelle möchte ich einfach die Fragen beantworten und für das nächste Video werdet ihr auch ganz bestimmt besser, da bin ich mir sicher. Mein mobiles Endgerät aus dem letzten Video besitze ich leider nicht mehr. Dementsprechend musste ich beim Dönerfachverkäufer meines Vertrauens einige Servietten ausleihen, damit ich natürlich auch die Fragen lesen kann. So, schwachen wir gar nicht großartig drum herum, sondern fangen gleich mit den Antworten auf eure Fragen an. Ich wollte Zeit sparen, ich bin gerade dabei zu spielen und du kannst live dabei sein, denn ab morgen geht es weiter mit Pokémon-Schwerten auf meinem Kanal, also sei auch du dabei. Wahrscheinlich nicht. Erstmal Pokémon-Schwert und Gott of War. Ja, 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 nein, ja. Weil du mir Wodka kaufen solltest, die Denver Nuggets, die mache ich immer so. Ab morgen, weil du nicht täglich auf meinem Kanal vorbeischaust, als Fragenbeantworter. Doch, ja, nein, ja, nein, ja, 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 ja. Genau an dieser Stelle hier und damit würde ich sagen, wenn wir auch dieses Video, falls du im nächsten Video dabei sein willst, dann kannst du mir einfach unten in den Kommentaren eine Frage stellen, die dir brennend auf dem Herzen liegt und in zwei Jahren kommt das Video, in dem ich genau deine Frage beantworte. Also sei dabei. Bis dahin schönen Tag noch, alles Gute und tschülü.